Hallihallo! Ich möchte euch heute eine ganz neue Art von Spatel zeigen und zwar ist es der Carlotti Drehkellenspatel. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr etwas aus eurem Thermomix-Mix-Topf rausholen wollt, dass irgendwie die Messer immer irgendwie im Weg sind und gerade für weiche Sachen kann ich jetzt wunderbar diesen Drehkellenspatel nehmen. Weiche Sachen meine ich jetzt zum Beispiel Breie oder ihr habt einen schönen Dip gemacht oder ein Pesto, aber auch Teige für Kartoffelpuffer, für Bratlinge, all das. Und ich zeige euch auch mal eben, wie man den einsetzt. Und zwar, wenn ihr euren Mixtopf habt, dann setzt ihr den einfach mal so auf und dreht quasi mit dem Uhrzeigersinn und entnehmt eben eure Speisen. Ich zeige euch das jetzt auch mal anhand eines kleinen Videos. Ich verfilmere mich jetzt gleich meinen momentanen Lieblingsaufstrich. Ja, und da könnt ihr das natürlich nochmal ganz genau sehen. Ansonsten ist noch zu sagen, dass der Carlotti bis zu 120 Grad hitzebeständig ist. Das reicht also für die meisten Sachen aus. Ich glaube 160 Grad für einige Sekunden, aber im Grunde hat man meistens eine niedrige Temperatur, wenn man wirklich fertig ist mit den Sachen, die man entnehmen möchte. Und was ich persönlich ganz toll finde, er ist in Deutschland produziert, er ist entwickelt worden und das finde ich immer eine schöne Sache. Es kommt auch ein Faltblatt mit dazu, wo eben nochmal alles beschrieben ist, wie er funktioniert. Ja, und ich zeige euch jetzt, wie es wirklich in der Praxis aussieht. Und zwar kann ich den Drehkellenspatel einfach so einsetzen und kann mir dann meine Speisen, die ich zubereitet habe, wunderbar rausnehmen. Da kriege ich das Ganze vom Boden auch mit ab. Ich kann auch gleichzeitig portionieren, wie ich zum Beispiel für die Pfanne habe. Und ich habe sonst ja oft, dass mir das so um das Messer drumherum fuddelt. Das habe ich jetzt natürlich wirklich wunderbar abgenommen mit dem Spatel. So, sieht es jetzt aus. Also wunderbar sauber und jetzt kann ich mit meinem anderen Spatel nochmal schön hier dran lang gehen. Kann man nicht nochmal runterkratzen. Und kriege so wirklich Anlis. Da kommt jetzt Topf raus. So. Also ich finde, der Karatee ist ein cooles Teil. Wirklich schöner Helfer für den Thermomix. Ein tolles Accessoire. Bestellbar über Wundermix. Im Shop von Wundermix. Vergesst nicht meinen Rabattcode. Dann bekommt ihr 5%. Herzliche Grüße. Eure Sandra. Herzlichen Glückwunsch. 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 Herzlichen Glückwunsch.